hallo alle miteinander wir spielen das level von graul so top die wette gilt würde ich sagen lieber graul das level heißt run the show must go on und ich würde sagen the show must go on ok ok es ist ein oder sind viele pilze kumpel da dachte sie kriegst mich dran aber nicht mit mir ich bin Cornelius von Cornel ich bin super Cornel so was wie super Ritchie Leute lieber graul das level war nicht grausam aber auch nicht grausam schwer danke das nächste level ist das Fortress of Fear gut oh mein Gott das hat mich ein bisschen überrascht das liebe level ist von Ari und ich bin natürlich sehr gespannt was auf mich gewartet er sieht auf den ersten blick nicht ganz so einfach aus auf den zweiten blick ja es sieht tatsächlich nicht ganz so einfach aus aber ich bin gespannt es ist ein bisschen schade dass ich meinen pilz schon verloren habe den hätte ich sehr sehr gerne behalten aber da kann man wahrscheinlich ja leben ist kein wunschkonzert sagt man das leben ist kein wunschkonzert so die ja ok die Käfer waren unfair so diesmal werden die Käfer mir Hilfe beeil dich Mario nein 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 oh das war knapp das war knapp ok diesmal werden mich die Käfer nicht töten dafür stehe ich mit meinem Namen ja das war locker easy ich habe mich einfach nur dumm angestellt ja und das ist meine eigene schuld so einen schönen Wandsprung setzen und dann gucken wir mal oh mein Gott bitte lauf schneller Mario warum lachst du mich aus nur weil ich meinen Pilz verloren habe das finde ich nicht fair ohne Feuerblume wie lieb du bist oh mein Gott hä ich glaube ich muss drüber springen oder die die Kettensäge nehme ich gerne mit das war krank also ich weiß nicht wie man da ohne Gegentreffer durchkommen soll das war dumm das eine war krank das ja töte dich doch einfach gut gespielt Kornel das eine war krank das andere war dumm also von mir ach du scheiße wie soll das denn funktionieren so wir haben wieder die Feuerblume am Start und diesmal würde ich sehr gerne nicht klein werden wenn das möglich ist ich glaube ich muss einfach direkt durch springen an der Stelle ich bin mir nicht ganz sicher so diesmal nicht klein werden das wäre wundervoll ja wundervoll weil ich weiß ehrlich gesagt nicht wie man hier ja als großer Mario vorbeikommen soll ach ein Drehsprung mir hat man auch ins Kopf geschissen oder mir hat man ins Kopf geschissen toll toll tolles deutsch ich bin stolz auf dich Cornelius was haben die Hilfe nein warte ganz kurz ich muss mich sammeln Hilfe ich lebe nein ich lebe immer noch oh mein Gott da ist ein Wiggler und ich weiß nicht wo der wo der Geist ist und wir müssen an den Geistern vorbei Wiggler ok ok ich vertraue dir oh nein ich hätte doch so gerne einen Pilz oder eine Mittellinie das ist so unfair von dir das kannst du doch nicht machen ich brauche noch eine Bombe Kumpel ich brauche eine Bombe ich hätte sehr gerne dieses Item das muss ich schon gestehen das ist mein inneres Bedürfnis ja eine Feuer eine Feuerblume wie soll ich denn da dran kommen ohne zu sterben geh wieder raus da jetzt müssen wir da kurz durch oh mein Gott so viel Aufwand und jetzt kommt wahrscheinlich das Ziel so haha just a prank ähm ich sehe hier verschiedene Dinge wir können natürlich in die Röhren rein aber wir können auch hier nach oben und das ist komplett nutzlos wobei da da oben war was aber hier ist nirgendwo ein Entschuldigung hey guckt mal da oben da oben ist was seht ihr das ne seht ihr nicht mehr hey wie bin ich denn gerade so hoch gekommen keine Ahnung naja ok das komme ich hier ich wie komme ich hier wieder runter kann ich hier einfach durchfallen ey Kumpel ich muss da wieder runter nee nee das habe ich jetzt nicht warum kann man denn hier bist du bekloppt nee nee ich spiele doch das jetzt nicht nochmal natürlich spiele ich das nochmal und wir müssen in die obere Röhre ach was dankeschön danke dafür danke für nichts äh ok ich guck mir das ganz kurz an nur für den Fall der Fälle hä hallo Boser nein nein hör auf zu springen ja das darf nur ich du bist so ein Noob du bist so ein Noob oh mein Gott du darfst die Axt nicht selber betätigen Boser bist du des Wahnsinns das ist Selbstmord du bist der Böse ich bitte dich Boser das muss ich dir doch nicht erklären oder ach man ey aber war ein schönes Level vielen Dank das war cool das letzte Level für heute heißt we can do it together äh ah ok ich bin Koopa äh ah ok ich bin ein Koopa und ich muss wahrscheinlich ach wir müssen zusammen ach cool wir müssen zusammenarbeiten der Koopa da oben und ich ach so ist das nicht ein süßes Level we can do it together 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 forever forever number one together forever forever number one we can do it together we can do it all night Koopa and Koopa best friends alive breakfast even as you can do it is es tut mir Leid dass ich jetzt kein Koopa mehr Aber ich hoffe du magst mich trotzdem das mit der Linie und wir kriegen auch wieder einen Pilz und da schön Ähm, das ist ein bisschen schnell für mich. Ach so, nee, warte mal. Jetzt bin ich, glaube ich, nicht mehr so... Also, jetzt habe ich ein Problem. Wie er. Was er? Er. Hilfe. Ich sterbe, Junge. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber ich bin ein bisschen... Ähm... Und ich bin ein bisschen langsam. We can do it together, dachte ich. Bitte warte doch auf mich. Oh, eine Clowns-Kutsche. Das ist großzügig von dir. Oh, kann die Bombe bitte explodieren? Bitte, bitte, bitte. Das dauert mir alles ein bisschen zu lange. Ähm... Was genau muss ich hier tun? Okay. Okay, okay. Alter, oh mein Gott, das... Wow, das hat mich fast ein bisschen... Ah, okay. Das ist ja ein richtig... Also, Entschuldigung. Ich weiß auch nicht, ob das Level wirklich von einem Zuschauer von mir ist oder ob er das geklaut hat, weil der Typ kommt aus Italien. Ich weiß nicht, ob ich einen italienischen... Ultra-Mega-Bauer als Freund habe, aber vielleicht war Riuzzo. Vielleicht bist du echt. Vielleicht auch nicht. Aber nichtsdestotrotz... Ähm... Nichtsdestotrotz, das ist ein richtig krasses Level. Das ist ja mal ein richtig krasses Level. We can do it together. Together forever. Number one. Dum 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 dum. Forever. Oh man, das war ein cooles Level. Sind wir im Ziel? Ne. Es geht noch weiter. Und dazu... Ich helfe dir! We can do it together, Leute. Äh, äh, Cooper. Oh. Es tut mir leid, Cooper. Das war töricht von mir, dass ich dachte, ich brauche deine Hilfe nicht. Es tut mir so leid. Bitte verzeihen Sie mir. Bitte, bitte, bitte. Und bitte gib bitte Ranke. Danke. Oh, Trapolin. Das geht natürlich auch. Ähm, ach so. Jetzt bin ich oben. Und du unten. Du kleiner Noob. Bip, 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 bip. Oh mein Gott. Nein. Ich hab verloren, oder? So, diesmal hab ich alles richtig gemacht. Und jetzt nach oben mit dir. Cooper, ich brauche deine Hilfe. Ohne dich komm ich hier nicht weiter. Oh fuck, ey. Das ist sogar ein bisschen schwierig. Ah, nur ein bisschen. Ist jetzt nicht so mega krass, aber ein bisschen schwierig ist es schon. Okay, Cooper. Jetzt kommt der große Endboss. Wir müssen zusammenarbeiten. Wir können das schaffen. Glaube ich. Ähm. Okay, warte kurz. Ich töte die, okay? Das war genau richtig so. Genau. Was muss ich jetzt machen? Ich muss warten, bis du hier oben bist. Du kannst es schaffen, Cooper. Bitte rette mich. Du bist die letzte Hoffnung für diese Welt. Waa. Du bist die letzte Hoffnung dieser Welt. Waa. 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 Cooper Bruder. Cooper Bruder. We can do it, together! Together, forever, forever, number one! Jetzt bist du ein Engel! Nein! Nein! Nein, Kuhpupp! Kuhpupp, oder? Du bist gestorben! Nein! Es ist meine Schuld! Es tut mir so leid, ich bin so ein Egoist! Mach's gut! Kuhpupp, Bruder!